Moin und willkommen zum neuen Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht's nach dem Intro. Ich freue mich wieder, dass ihr dabei seid. Und vergiss den Termin nicht, den 7.05.16 Uhr, Apple Event. Und man sieht es ja auch an der Einladung bzw. an dem Bild. Es dreht sich wohl um den Apple Pencil bzw. um iPad Pro, iPad Air, eventuell sogar iPad Mini. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Man spekuliert ja oder man munkelt ja, dass das iPad Pro mit dem neuen M4-Chip kommen wird und KI unterstützt wird. Aber ich gehe mal davon stark aus, das wissen wir erst am 7.05. Ich wollte euch nur daran erinnern, tragt das in eure Kalender ein und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denn ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.